Okay, bleib unten, bleib unten. Okay, und jetzt lass alles nach vorne fallen, alles nach vorne. Nacken locker, Gesicht locker, alles locker. Und atmen, atmen, atmen. Ja, ausatmen. Sehr gut. Und noch mal tief durch die Nase ein. Und hör aber durch den Mund aus. Genau. Okay. Jetzt gehst du noch mal nach vorne. So, gerader Rücken, gerader Rücken. Jetzt lockern wir deine Hüfte. Okay, jetzt komm wieder hoch, komm hoch, dreh dich um. Wir arbeiten an den Schenken.